Spider-Woman, jetzt hast du dich verraten. Bis bald, Freunde. Die will nicht ärgern. Na gut, aber was es noch Neues gibt bei RTL 2, das sag ich nicht. Turtles, seid ihr hier? Oh nein, die Turtles. Jetzt hält uns keiner mehr auf, Nescher. Ach nee, und Dennis und Nescher, ihr seid also auch im Programm. Aber die ganz große Überraschung kennt ihr noch nicht. SOS Corco, das aufregende Zeichentrick-Abenteuer, auch das gibt's bei RTL 2. Und natürlich bleibt auch die mutige Sailor Moon bei uns. Ich kämpfe für Liebe und Gerechtigkeit. Übrigens gibt's jetzt auch samstags die neuen Cartoons bei RTL 2.